hallo zusammen und ihr seht wir sind schon direkt auf dem weg herzlich willkommen zu unserem immo friday wir fahren gemeinsam nach budenheim ich nehme euch mit in eine wirklich top gepflegte gewerbeeinheit in einem mega mäßigen haus wie ich finde 86 quadratmeter an fläche sind zweieinhalb zimmer und ihr habt dort alle möglichkeiten ihr könnt euch da entfalten mega haus wirklich schaut selbst und wir freuen uns über euer feedback wenn ihr sagt das ist genau die immobilie in der wir kreativ sein können in der wir uns entfalten können und in der wir einfach so richtig gas geben können mit unserem business dann schreibt uns eine nachricht verlinkt die person auf die es zutreffen könnte wir freuen uns über euer feedback wnf wohnfinanz der etwas andere makler wir begeistern unsere kunden wir sind für euch unterwegs macht's gut und euch allen ein schönes wochenende haut rein bis in kürze beim immo friday macht's gut ciao bei bei euer stefan und das gesamte team